hallo und herzlich willkommen hier ist der pink panther und wir befinden uns in der crew wir fahren jetzt zu viert und dabei ist der ebus bloodshot der april der max maroon und natürlich meine wenigkeit ich fahre in blau wir müssen jetzt ein auto verfolgen das müssen wir schön anschubsen da vorne ist unser target und zu viert jagen wir den jetzt habt da schon mal gesehen wie wir auf der gamescom waren wo wir in diesem simulator gesessen haben und jetzt versuchen wir den weg abzuschneiden genau der typ fährt ja immer dieselbe strecke witzigerweise allerdings ist es trotzdem gar nicht so leicht den zu kriegen guck der apple hat schon verkackt ich auch voll dran vorbeigefuscht also er tut auch tatsächlich rechts links fahren also versucht uns natürlich auszuweichen und dieser bot ist gar nicht mal so dumm ups das war eine menschenmenge aber die waren beim grillen ja die habe ich letztes mal irgendwie weggehustet wollen wir ein steak to go mitnehmen nein hilfe also wir müssen ihn auf alle fälle rammen damit er hier seine seine karre irgendwie oh alter ich hätte ihn fast gehabt ne jetzt macht er glaube ich gleich wieder eine kurve schlenker da hinten ist er shit so pass auf jetzt hält er gleich hier die kurve ah ich hab ihn erwischt kommt jetzt gleicheinig zu mir oder ja ich war irgendwie falsch ich hab ihn auch noch mal gerammt er kommt mir entgegen er kommt mir entgegen er kommt mir entgegen ich hab ihn dir los kein nitro mehr emo ist dran los emo gib ihm der schwache kaputt dann brauchst du noch einen kleinen stubser los los nein guck her nein er kurscht mich aus der Arsch jetzt bin ich wieder dran so jungs ja 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 ich habe ihn wieder eingegeben nein aber er fährt noch weiter ah nein nicht mich ich bin nicht das tage also das macht sooo lau ne er muss ja jetzt gleich nach links ne er muss nach links er muss nach links er muss nach links er muss nach links nein nein warte jetzt nein ah ich hab ihn wieder drückt scheiße scheiße wo ist er denn hinter mir nein oh nein 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 wo ist er denn oh er fährt in mich rein nein was nein du hast verkackt naja er ist in mich reingebratet wir haben verloren vier Leute kriegen die deinen Arsch nicht oh gleich nochmal gleich nochmal 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 das können wir nicht so auf uns sitzen lassen das geht gar nicht ich dachte ich soll ihn rammen nicht er mich man und gestern haben wir das auch versucht ne da lief das viel schneller los gibt mal das video einer fehlt noch ja jetzt gestern ging das teilweise super schnell so zwei hinterher zwei schneiden den Weg ab die nur ist dran jetzt nicht mehr doch doch ich bin da ich kürze nur ein bisschen ab ja ich auch gegen den Baum nein nicht ins Wasser oh mein Gott Bäume Bäume viel zu viel ah ah geil komm baby ich krieg dich ich krieg dich den Wagen so unter Kontrolle zu halten wenn er so am springen ist das ist echt krass Alter Alter das ist echt die Härte hier das war ja auf der Gamescom auch so krass in dem Simulator hat dich halt übelst durchgeschüttelt ich bin im Wasser ich bin bei irgendwen im Vorgarten Jungs sagt mal kriegt ihr das bald hin was ist denn los mit euch ja was ist denn los mit dir ich zeig euch den Schritt gleich warte mal Flugzeug jawohl ich hab ihm einen gegeben oh und ah jawohl da ist er sauber BAM ich hab ihm noch einen gegeben guck siehst du wie geil wie er fliegt ich glaub jetzt hat ihn jeder einmal berührt sehr schön sehr nice jeder hat ihn einmal angeleckt wuh jawohl erster und Gold ja hat es euch gefallen wollt ihr mehr davon sehen schreibt es mal unten in die Kommentare beziehungsweise lasst dem Video einen Daumen nach oben da wäre cool irgendwie wenn wir 2000 Likes ähm schaffen würden und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Kanäle von den Jungs die mich begleitet haben und da könnt ihr dementsprechend halt auch coole Videos sehen von daher vielen Dank fürs Zuschauen hat es darin bis zum nächsten Mal Tschüss Tschaui Tschau Ja da hab ich auch einen da hab ich Nummer 2 kommst du noch mit Bounce wird schwer ja aber ich ist gut ja das das wird gleich weniger so einfach ist das nämlich ich komm hier nicht hoch muss ich mir mal hier freischießen aber nicht nicht auf Leute rumschießen